guten morgen auch von mir wer von euch hat ein fahrrad könnt ihr mal bitte einmal aufzeigen ok und wer von euch benutzt ein fahrrad jeden tag also ich auch und wer von euch fährt überhaupt gerne fahrrad wir ja wisst bin ich wahlhamburger fühle mich aber allerdings immer noch als nie einmal beheimatet aber eigentlich komme ich aus kollabäck wenn wir uns früher mit freunden getroffen haben sind wir dorthin immer mit dem fahrrad gefahren meistens im hellen hin und dunkel zurück dummerweise hatten nicht immer alle ein funktionierendes licht am fahrrad bei einem zum beispiel ging das rücklicht nicht beim nächsten nicht das vordere manche hatten gar kein licht so kam es dass wir uns immer aufeinander verlassen mussten wir sind in halle alleine hingefahren in hellen alleine hin und im dunkeln zusammen zurückgefahren der mit funktionstüchtigem rücklicht ist hinten gefahren der ohne licht in der mitte und mit der licht hatte ganz vorne das hat gott sei dank immer funktioniert genauso wie wir uns früher aufeinander verlassen haben wünsche ich mir jetzt für unsere freizeit im johannesevangelium habe ich sehr spannende bibelferse dazu gefunden jesus spricht darüber wie er sich das leben einer gemeinde vorstellt johannes 17 vers 20 bis 26 jesus spricht ich bitte nicht nur für die jünger die hier anwesend sind sondern für alle die durch ihr wort zum glauben an mich kommen jesus betet weiter ich bete darum dass sie alle eins sein so wie du in mir bist vater und ich in dir damit die welt glaubt dass du mich gesandt hast ok krass ich finde hier steckt ganz schön viel drin was ist euch zuerst aufgefallen das erste woran ich gedacht habe woran ich mich echt so gefreut habe ist dass jesus für uns betet wir fahren zusammen auf freizeit mit jesus ja und ja was hat das jetzt alles mit freilichtern zu tun wie cool wäre es wenn ich sagen könnte mitarbeiter b war ein starkes rücklicht für mich in der bibelarbeit oder mitarbeiter d hat die arbeit hat so viel arbeit in die planung gesteckt und mir den weg sozusagen geleuchtet in der bibelstelle erwartet jesus von den jüngern dass die botschaft des herrn weiter dass sie die botschaft des herrn weitergeben die jünger sind ein team und verkünden den glauben in unsere welt ich wünsche mir dass wir eine gemeinschaft sind wenn wir eins sind wir alle am selben strang ziehen wir die christlichen werte einhalten wenn wir alle unseren glauben weitergeben wollen mit überzeugung uns ohne gegenleistung zu verlangen helfen dann überträgt sie auch unser glaube automatisch noch mal auf uns und auf die kids der letzte vers gibt alles noch mal wieder jesus spricht weiter ich habe ihnen also den jüngern gezeigt wer du bist und werde es weiter tun so wird die liebe die du zu mir hast auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben daran soll die welt erkennen dass du mich gesandt hast ich finde wieder so eine krasse aussage jesus hat damals seinen jüngern gezeigt wie sie leben sollten sie wuchsen im glauben veränderten sich durch den glauben und verkündeten den glauben und ich finde genau so funktioniert das bei uns die zwei wochen in norwegen sind für mich die schönsten und gleichzeitig intensivsten zwei wochen im gesamten jahr nirgends ist gott so nah wie hier es liegt aber auch daran dass wir als mitarbeiter eins sind und wir zusammen den glauben weitergeben wollen jeder von uns hat anteil daran ich habe damals als thailie gemerkt irgendwas muss am glauben sein die mitarbeiter sind so nett sie interessieren sich für mich sind voller liebe und stehen fest im glauben irgendwas ist da anders und das wollte ich auch und genau das wünsche ich mir auch für diese freizeit und ebenso was zu tun